Klippe, von der du springen kannst. Wie geil. Ludins Tocht ist kürzer als Harkons. Meint er damit das, was ich jetzt verstanden habe? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ich habe keine Ahreize. Das liegt daran, dass man beim Vorlesen nicht immer ganz genau, das versteht hinterher. Der hat gesagt, du, den's doch des Kürzeils ankommst. Also so aus dem Zusammenhang gerissen, fand man das jetzt auch lustig. Ich glaub, das ist auch, Männchenonkel, na, dann ist ja gut. Danke, Wognir, brechen wir auf. Noch einen halben Tag, bis weder Film, wenn wir Glück haben. Der hat sich aber bedankt dafür. Es war ein Kompliment. Danke, Wognir, brechen wir auf.